So, ah, bereit. Könnt ihr dann nach der Aufnahme noch so weiter zappen? Jo. Ich denke mal so, 18.30 werd ich dann auch Fortnite ausmachen, da werd ich dann wirklich auf dem Server joinen. Und morgen kommen die Kinder wieder. Und am Wochenende ist Ostern. Ja. Ach, da wies ich mal. Montag gehen sie. Karfreitag sind sie bei mir. Ostersonntag, Ostermontag sind sie auch bei mir. Wann mach ich in der Osternestsuche? Ich denke mal am Karfreitag. Weil die werden sich Samstag was holen wollen von dem Geld. Ich weiß, was sie sich holt. Große Gönnze wie der Season Pass. Äh, wie Buckets. Mein Jason, keine Ahnung. Und die Kleine, die will sich wieder irgendwelche Schwungzeug oder Mahlzeug holen. Ja, kann sie ja machen. Da geh ich mit ihr auch hier in den Billig Discounter. Soll sie machen, wenn sie sich Mahlzeug holen will. Weil die mahlt ja sehr gerne. Weil was die hier momentan für Porträts zeichnet, ist ja fauli. Achso, nee. Wo musst du hin? Ähm, nirgendwo. Ich hab keine irgendwie rausgesucht. Ich muss halt immer noch Auto mit Kuhfänger machen. Und ja, oder halt die holt sich Schminke, weil sie sehr gerne mich, ihre Brüder und sich selber schminken tut. Vor allem kommt die kleine Maus auf die Idee sich zu schminken kurz bevor es außer Haus geht. Wenn man zum Beispiel einkaufen geht oder einfach mal auf den Spielplatz und so wie sie sich schminkt, kann ich ja mit der nie raus. Das sieht halt... Sie sieht dann aus wie eine Dreckqueen. Nicht Dreck, sondern diese Dreckqueen ist da. Ja... Okay, bei uns landen hier auf jeden Fallen einige. Da oben ist ein Panzer. Von dem halte ich mich fern. Und was habe ich? Blaues Infrarot. Instant. wow du bist weg nicht auf dauer damit zwar hätte ich gegeben als hätte oder bot spieler 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 und irgendwie hat irgendwas an der zwei helles gegeben ein zweiter ok das mit der grauen stück normalen kommen naja hier rennen aber viele halt rum das ist jetzt das problem versuch mal irgendwie an rand zu kommen nur meine karte liegt da und die kann sich schlecht bewegen ach so du siehst jetzt auch nicht ob die noch da sind noch ich sehe dich aber der ist definitiv noch da da hat gerade erst angefangen zu looten öffne erst mal die große mal gucken wo die ist die große ist wenn du da ich hab den doch gerade gehört hier an der tür da unten ja unten wo ist deine karte da kann ich auch gekillt direkt bereit machen korny erst zur lobby zurück vier minuten geht die aufnahme was aber das kann doch nicht sein oder bei dem möchte wieder irgendwas ist das gesehen bei mit der schrotze hat dahinter den geschossen und trotzdem schild gemacht und das 2 3 meter dahinter ja also der hat doch ein bot bestimmt angehabt das ist so ein ding auf tik tok werden wir ab und zu fortnet videos vorgeschlagen da ist da nimmt sich auch einer off der fortnet zockt der ist so doof und nimmt sich mit import auf der schießt wirklich in die luft und trifft also wie dumm kann man sein vor allem man erkennt den spielernamen aber da vergeht mir das wenn man solche leute sieht vergeht die lust auf spiel mit solchen bots spielen ich verstehe nicht wieso also warum man den drang danach hat das zu machen weil die einfach nicht richtig spielen können bedanken ich werde auf irgendein luftschiff dass das oder das da hinten das können wir auch nehmen das kann man ganz in ruhe nehmen ok da ist mindestens einer mit mir unter mir bei sanctuary wurden mir gerade zwei karten zum einsammeln angezeigt wir landen hier wieder viele ich merke auf dem luftschiff sind mindestens zwei gelandet bist du ganz woanders ich bin unten in der stadt das sind aber gegner nicht im panzer der ist schon rum gefahren wo bevor alle gelandet sind da ist eine blaue mp ich bin verstauen warum weil ich ein kill habe und gefightet habe warum macht man sowas um kassi um kassi wo ach du bist dahinten bis zu oben auf dem schiff da muss das schiff wie weit ist das von mir weg ja eben du bist der halter marsch der welt das war eigentlich wo du hin bist das war meine anfangs frage auch definitiv leute die fahren nur hin und her die im panzer sind sagt bitte bots oder bei io leute also bots spieler oder io leute das ist für mich ein unterschied einfach nur bots die habe ich nämlich gerade gesehen also luftschiff müsste jetzt spieler tun also erstmal nur von spieler meine natürlich ich muss gerade gucken das sind bots die bauen nämlich auch ab mann hier steht ein auto ich brauche nur so ein hässliches ding fürs auto hier oben beim luftschiff sind welche ich weiß noch nicht ich will halt den scheiß nicht na fuck ich habe hier nämlich eine lila du weißt schon was ich brauche nur so ein panzer teil fürs auto vorne dann wäre ich schon happy oder ein auto was so ein panzer ding schon hat tatsächlich oh warte bitte 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 ja na ok mit der neuen technik besiegen wir den imaginierten orden tschüss panzer abgeschlossen die aufgabe wo soll ich hinkommen ich bin immer noch hier unten in der stadt stute hier unten noch fleißig aber die sitzen wieder am panzer die dullis ernsthaft abgeschossen oder runtergefallen runtergefallen auch da bist du versuch mal zu mir zu fahren ja ich bin auf dem weg ich wollte ganz lässig den Fallschirm aktivieren beim runterspringen und beim Sprung ist mir aufgefallen scheiße du meintest ja das geht nicht ne da musst du auf diese Windräder rennen ja ah man missbräuchern wir die aber vielen Dank äh komm erstmal hierher das Schild habe ich danke ja nimm es trotzdem mit beim Panzer wird mich gefightet oh äh 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 goldene Strasse äh äh strikerpump kriege ich oder was für ne pump dein Lieblingspump die 3 Schuss äh die 1 Schuss macht achso hab ich ein gold für dich ich hab äh blaue Trommel für dich oh nice nice jaaa ich hab die grad bei so nem Dulli gekauft ach die kann echt jetzt jaaa ich würd mich noch übern mediatür freuen oder irgendwas anderes muss halt äh 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 Essenskisten oft machen und da Fische drinnen essen immer noch hier in der stadt auf dem haus weil da ein spieler ist der dahinten springt gerade 2 von mir kassiert hat weil ich brauche mich unter ja die habe ich nämlich nur in blau hier oben ach hast du schlaff gemacht okay die sind im panzer drin einer ist wieder raus die ziehen aufs haus ich bin jetzt auf dem luftschiff oben ich komme hoch wo ist der panzer die haben es halt nicht mitgekriegt die schießen immer noch aufs ding ja und die fahren hier unten rum jetzt haben sie es mitbekommen aber nur dich das reicht ja ja die sind raus wo da ist scheint aber noch einer zu sein ja es ist ein zweierteam da einer 190er hit der panzer sitzt ne hat er gekriegt von mir scheiße leck mich fett noch 70 leben ok bei mir ich muss weg er folgt ihr versuch hinterher zu kommen der ist bei dir ja scheiße bin dauer ich hab nichts mit dieser nichts getroffen boah scheiße naja ist nur zur lobby naja kann man nicht machen gibt irgendwann bessere runden auf auf Untertitelung des ZDF, 2020